Hallo Leute und nun der nächste Kampf bei der Boxgala des BC Olympia Rammstein. Ein Kampf im Mittelgewicht in der roten Ecke für den Uppercut Gießen, Michael Quast. Und in der blauen Ecke für die Gastgeber, Ali Alam. Wir wünschen euch viel Spaß, lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat und abonniert uns den Kanal. Euer Team von Partner der Vereine. Weg, zwei, eine Runde, eins. Weg, zwei, eine Runde, eins. Weg, zwei, 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 drei, zwei, drei, 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 drei Das war's für heute. Das war's. Jawohl! Ja, sieh sie! Genau so! Zeig! Zeig! Ja! 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 Ein langer Schaul einen hoch zu, avechen scho Spin! Jawohl! Jawohl! Also, das andere! Auch der Räuter weiterhin war. Aweil, das andere hat es. Anderes Punktes! Jawohl! Jawohl! JawPanz zirkinge! Jawohl! Jawoll, 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 jaw Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.